hallo meine lieben herzlich willkommen zu diesem video ja heute habe ich mal die kamera mitgenommen hallo meine lieben herzlich willkommen zu diesem video ja heute habe ich die kamera mal wieder mitgenommen ich fahre jetzt gerade zum baker weil wir aktuell kein brot mehr zu hause haben die mama ist zu hause geblieben mit die ganze rattenbande die mama hat heute kamera frei das heißt die mama hat heute frei die mama die mama hat heute kamera frei sie sollte in urlaub das heißt wir werden heute den ganzen tag zusammen verbringen da wünsche ich dann wünsche ich euch viel spaß mit mir zusammen dann wünsche ich euch dann wünsche ich euch viel spaß mit mir dann wünsche ich euch viel spaß ich bin wieder zu hause wie man sieht ja die ganze zeit schon ich habe eine vergnötete zunge die die kinder haben mega hunger die schreien hier schon nach essen und diese da und diese da auch die zwei kleinen waren schon sehr fungerlich deswegen haben sie schon angefangen zum essen sehr brav der patrick kann nicht mit frühstücken weil er noch eine videokonferenz hat deswegen mache ich jetzt ein paar himbeeren rein und hier sammeln und leinsamen und flos und puffer ja alles hier raus so schaut jetzt das müßli von patrick aus michel blockt übrigens auch bis der gibt euch das mit der alten legere von uns und sie postet das dann natürlich auf diamanta kids aber wir haben jetzt diamanta ein esslöffel flohsamen darüber dann mache ich auch so ein esslöffel puffer und dennoch ein esslöffel kleinsamen geschrottete hier sammeln kommen auch rein das ist sehr gut gesund und zum süßen noch agavendick saft schaut schön aus oder mit mir eine banana willst du eine banana okay gleich ich muss noch kurz den patrick das essen runter bringen sie will jetzt eine banana deswegen so ich bringe mal an patrick das essen und der papa gibt es hier gleich so ich habe jetzt ein frühstück gebraucht und der papa hat gerade verraten dass er gesagt hat dass ich heute kamera frei habe deswegen wollte ich heute ich kann nicht mehr reden wenn die kamera an ist ich habe so einen stress ja obwohl obwohl ich jede zeit löschen kann wenn er sich was nicht passt aber trotzdem ich habe das gefühl ihr seid gleich da drinnen gleich da drinnen da sind ja da bin ich nur nichts tun oder anfänger nehmen ich schau dir mal meinen ersten blogger das zum davonlaufen so gibt es noch joghurt ja irgendwo in der mitte mama beim ersten video was sie gemacht hat so richtig leise gesprochen ich will doch mit ganz leise reden entschuldigung jetzt ist das lach für mich aus aber schnell mal nicht mehr auf die mama alle meine jungen mit den neuen artikel darf ich noch zeigen was ich esse ok du darfst heute teil an unsere wieder nehmen auch merci also ich esse heute ein müßle mit mantel naturjoghurt von joja das ist wirklich der beste und wo ist mein müßle und das esse ich crunchy müßle classic na gut meine lieben muss kurz die kamera mal ausschalten weil ein mega hunger haben sonst bei sich das objektiv der baba sauber gemacht in diesen einen raum wisst ihr wohl zur abstellung oder wie das auch immer heißt mein messi raum ja du hast überall messi lade messi raum ich habe jetzt noch am computer gearbeitet und der baba hat etwas süßes gefunden einen schatz einen foto schatz das ist besonders criminal warum hast du nie gelächelt 2008 jahre oh mein gott oder schau dich das an patrick schau da mal mit braun patrick ist mit ihm schau die michele oh wie süß 2000 das war mal her 2012 schau mal das ist patricks erste freundin schau wie lara oder die lara schaut den patrick so krass ehrlich schau mal diesen bus siehst du diesen bus den haben wir noch ja die michelle bei ihrem ersten laternenfest und das bin ich mit meinen eltern schau mal die glanzin episch schau mal die Kommentare so madame sowie dieizes die daneben ah aha messed mich哩 so viel それ von der site mimmä星in oder wie aha massage oh Policy wies so viel was hat deine Wahrheit haahahahaha ha Kinder, komm da her, schau dir die Sophie an! Geht's dir gut, Papa? Oh, wie süß! Die Sophie, denn sie ist grüßend, help! Oh, sie muss gehen, Papa! Wir vloggen hier nämlich bis! Wie süß! Ich kriege auch Trinken von dir oder noch? Ein Knochen oder so? Das schneidest du schon? Nein, Papa, macht nur Spaß! Ich habe diese Maschine gekauft, mit der schneiden wir, oder? Ja, da hat keiner Angst! Keine Angst, Sophie, jetzt geht's gleich richtig gut! Brrrr! Ich habe nämlich bei Amazon diese Pet Hairdreamer gekauft. Ich habe, ich glaube, 30 Euro gezahlt oder so. Ich werde sie euch verlinken, falls ihr auch etwas für eure Wow-Waus sucht. Weil die Sophie, die hat so lange zocken. Das Problem ist, wenn sie ihr großes Geschäft erledigt, bleibt alles hinten rumpicken. Das ist nämlich ein bisschen doof. Ja. Und dann ist man echt... Soll ich mal sagen, du bist fertig? Ja, du musst es machen, weil... Oder lassen wir sie noch? Oh nein, nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn nur für dich? Wow! Wow! So, Papa, bitte. Mit dem kann ich auch selber die Haare, für mich auch. Also meine Haare, ich nenne. Ja, Pet, das bist du ein A Monkey, oder? Manche. Pet, vielleicht auch ein A Monkey. Und die geben das bitte einmal her. Das war hier. Aber welche Länge wollen Sie bitte? 3 Millimeter, 5 Millimeter. Schau, ich muss da. Schau, ich muss da hin. Oh, das ist das Dankeschön, oder? Ich bin noch nicht fertig. Aber, Papa, du willst sagen, wir schneiden unten, oder? Papa, nicht hier am Setz gehen. Hallo? Papa, bist du da? Ja. Und, starten wir? Das sagst du, meine Mäuschen. Okay. Keine Ahnung. Du wirst nichts spüren. Du bist müde. Ich schlaf dir. Ich schlaf dir. Das sagte du. So meine Lieben, das ist das Endergebnis. Sieht so aus, 20 Jahre Junge. So meine Lieben, ich bin fertig mit Haareschneiden, ich muss jetzt unbedingt duschen gehen, weil ich auch überall Haare ins Gesicht habe und ich kriege einfach mit der Hand nicht weg. Und ja, ich glaube, ich gebe die Kamera weiter an meine Assistenten. Wer will meine Assistentin sein? Mama! Okay. Weißt du, was wir hätten machen sollen? Ein Vorher-Nachher von der Sophie. Hau was. Oh ja, ich muss duschen machen. Ich habe alle überall. Geh. Ich habe jetzt, nachdem der Papa mit den Duschen fertig ist, werde ich einen kleinen Sprung zum Ikea fahren, weil wir was brauchen. Also ich brauche von da was und zwar einen Tisch für ein Video. Irgendwie ist das so ran gesungen, oder? Ja. Ich brauche nämlich vom Ikea einen Kindertisch und die Ikea war ja bis vor kurzem geschlossen. Also erst am Samstag hat es geöffnet und das... Also am Samstag da hinzugehen, dann hätte ich mich, glaube ich, selbst erschossen, weil das war eine mega lange Schlange und da wollte ich mich auf jeden Fall nicht anstellen. Ich habe das alles auf Social Media gesehen, was alle Leute gepostet haben. Also auf jeden Fall die Ikea war überrannt und wir wollten gestern gehen, also am Montag. Und vergiss das. Also wir sind kurz vorbeigefahren und da standen trotzdem so viele Menschen draußen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das zahlt sich eigentlich gar nicht aus. Aber ich brauche es jetzt, deswegen probiere ich es heute nochmal. Ich wollte eigentlich viel früher fahren, wo vielleicht Menschen noch arbeitend sind. Jetzt ist nämlich schon 16 Uhr. Mal schauen, ob viel los ist. Ich werde auch immer die Michelle mitnehmen. Und... Ja, hier. Bist du schon fertig? Ja. Also 15 Uhr raus. Ich bin ja fertig. Okay, dann ziehe ich mal an. Und ich ziehe mich auch mal um, weil ich mache auch meine... Meine... In... Meine... Pyjama-Hose. Also Pyjama-Hose. Meine Jogging-Hose. Meine Indoor-Jogging-Hose. Die muss ich auch anziehen. Ja. Also gut. Bis gleich. Michelle und ich gönnen uns jetzt etwas von McDonalds. Ich würde ja eigentlich sagen, pscht, verrate das nicht dem Papa. Aber der Papa schneidet das Video, deswegen... Hallo Baba. Wir gönnen uns was von McDonalds. Da waren jetzt zwei Kinder übrigens da. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ich wusste gar nicht, dass man sich mit dem Fahrrad aufbauen möchte. Weil da steht eigentlich nur motorisierte Fahrzeuge. Dürfen ihr dann wirklich was bestellen? Was steht da? So. Zwei Kinder mit dem Fahrrad waren jetzt da. Schaut mal. Ich habe mir einen Big Mac gegönnt mit Pommes und natürlich Sour Cream Soße. Das darf nicht fehlen bei mir. Ich liebe Sour Cream Soße. Und dann habe ich mir noch einen Chicken Burger genommen. Die Michelle hat sich heute mal wieder, weil die Michelle bestimmt immer dasselbe. Einen Cheeseburger. Den isst sie immer als erstes. Und dann... Drei Ding Nuggets. Drei Ding Nuggets. Drei Ding Nuggets. Mit zwei Sour Creams. Also wir sind Familie Sour Cream. Bei uns gibt es keine süß-sauer Soßen oder sowas. Oder Ketchup. Das mag ich gar nicht. Welche Soßen mögt ihr bei Mäcki? Also ich bin wirklich Team Sour Cream seitdem ich denken kann. Wir essen jetzt mal und danach... Scheinbar haben wir Glück, weil keiner da steht. Mal schauen, ob wir reinkommen. So meine Lieben, wir waren jetzt bei Mäcki und ich habe alles gekauft, was ich wollte. Mir ist gerade nur so richtig übel. Ich bin gerade so genervt und traurig und wütend. Wir waren auf Toilette. Ich bin die Michelle. Und ich habe diesen scheiß Rucksack, der nicht gut zu war. Und ich habe eine Kamera da drin. Und die Kamera ist rausgefallen. Und das Objektiv hat sich... Meine neue Kamera... Ich weiß nicht, wie alt ist die? Einen Monat? Nicht einmal. Und es ist runtergefallen. Das Objektiv ist hier eingedutscht. Und das löst sich schon, schau. Mist. Auf jeden Fall, die Kamera funktioniert, aber das Objektiv ist im Arsch. Das fahrt nicht mehr aus. Und genau dasselbe ist mir mit der Canon passiert. Diese Kameras, die sind halt echt unhandlich. Ich meine, ich habe sie nicht in der Hand gehalten. Aber trotzdem, sie ist kaputt und das ärgert mich gerade so. So meine Lieben, ich werde heute nicht mehr weiter vloggen. Die Kamera ist im Arsch. Der Papa ist böse auf mich, weil ich die Kamera... Du bist stinky. Ich habe heute den Vlog angefangen und du hast das alles ruiniert. Du hast gesagt, ich muss heute nicht vloggen. Jetzt habe ich die Kamera mitgenommen und sie kaputt gemacht. Einfach kaputt zu machen. Du wolltest eine teure haben. Ja, genau. Um sie kaputt zu machen. Du machst auch so mit den Schuhen. Ach, ich bin irgendwo hingehen geblieben. Das ist eben nicht. Der Papa wirft mir vor, dass ich Sachen mit Arsch nicht kaputt mache. Warum soll ich das bei der Kamera machen? Das war noch nicht mehr. Na gut, mein Lieben, ich werde jetzt den Vlog verbinden. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wie vloggen wir morgen mit der Kamera? So mit einem Tuch über dem Kopf. Ja, vielleicht kommt ein Objektiv. Ich glaube ein Objektiv. Okay. Ich hau dir einen Objektiv. Ich hau dir einen Objektiv. Ich hau dir einen Objektiv. Ich schaue dir wirklich auch schon. Habt ihr Angst? Hast du Angst? Ein bisschen. Ich hab selber Angst von mir. Was ist? Bis jetzt war er ur-böse zu mir. Jetzt ist die Kamera rein. Jetzt bin ich plötzlich. Charmant. Ohne. Mache die Kamera raus. Aber ich bin schon tollpatschig. Das muss man schon ehrlich sagen. Und alle Kinder sind auch sehr tollpatschig. Wie ich. Aber da kann man nichts machen. Gehört dazu zum Leben. Zu welchem? Zu Leben. Zu diesem? Ja. Na gut, mein Lieben, danke fürs Zuschauen. Lasst bitte einen Mitleids-Daumen nach oben da. Ich sage nichts mehr. Okay. Ich koche schon. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Cheers. Ne Eating. Tschüss. ancell 侽 ues